Der Nächste, bitte. Herr Doktor, mit meinem Contempt stimmt was nicht. Du liebe Zeit, wir sehen ja heute wieder schrecklich aus. Also, was haben wir denn für Kummer? Gerade wenn es spannend wird, springt meine Playlist. Jede Minute. Das ist ja besorgniserregend. Zeigen Sie mal Ihre Leitung her. Ich glaube, ich leide an akutem Überangebot. Gibt es sowas? Technisch scheint mir alles in Ordnung. Das fühlt sich aber nicht so an. Dann verschreibe ich Ihnen die neuen Playlists von Arte. Da können Sie erst den kompletten Programm auswählen. Komplett. Bis auf das Hüpfen. Und es ist kostenlos. Kostenlos? Aber was wird dann aus Ihnen, Herr Doktor? Mich kostet es ja auch nichts. Ach so, besten Dank. Schauen Sie sich gesund mit den Arte-Playlists jetzt auf allen Screens.